ich wollte in den welches er hat die vorhanden waren das ist neu ist das ist ein Druckplatte Nein ich habe Uran eingesammelt wo bin ich ich glaube das ist hier der nein wir haben ja auch gern geschehen vor allem leuchtet ja auch noch hier alles aus die haben nix das Lappen sind hingezogen ich dachte wenn es Teil im Nachteil sind wir jetzt nur gerade vor allem wie sie werden richtig krass hier zurückgebescht von denen aber nein Köln ich bin jetzt irgendwie leicht enttäuscht ich bin jetzt aber nur sogar noch ein bisschen dunkel er hat richtig krass in Sachen ich habe aber richtig Schiss bekommen als er mir das ganze erzählte aber auch nix davon wahr werden oder vielleicht sind sie auch einfach nur umgezogen was natürlich auch möglich wäre aber ich glaube nicht dass die umgezogen sind die haben die doch die müssen doch mal aufnehmen ja eigentlich schon ja wir ein paar Pauz vor produziert glaube ich aber glaubst du echt dass die umgezogen sind weil die hatten noch die hatten noch ihre Betten da und alles ich wollte es gilt ich wollte es gibt keinen Schaden Uranium ist hier noch aber sonst hier so speziell coole Sachen sind hier ist eigentlich nicht gewesen ich habe es ist ein ständiges Skelett oder kannst du mit dem mit dem rausgehendes Gelände Nein Oh jetzt zündet ihr mich gleich WTF Nee bitte jetzt steht nicht nein ich lebe noch aber ich meine das Lavaschirm da hast auch schon Hä? Ich geh auch gleich drauf Ich hab eineinhalb Herzen Ich auch Hä? Hey, wie schnell konnten wir so drauf gehen fast Soll das das stehen? Bei mir war es ein sterbliches Skelett Sind wir doch da rumhantiert, oder? Das ist ein sterbliches Skelett, ich kann es nicht töten Ich kann keinen Schaden machen Ich kann keinen Schaden machen Hä? Das ist ein Zombie Ich muss neues Lava holen Ich ziehe mal Lava hier ab Von denen hier Lava abziehen, oder so? Also sonst haben die hier auch nicht wirklich bombige Sachen gehabt Die überall Eisen rum Aber sonst Glaubst du, ich hätte es nicht schlau genug, es waren Umzuziehen? Nein, nein, nein Oh, 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 oh Zutrauen kann ich es denn Ich war für eine Sekunde Zutrauen kann ich es denn echt, aber Du bist explodiert Du bist gerade in die Luft geflogen Ich hab's gelesen Du bist in die Luft geflogen Ich weiß es nicht Ist dann plötzlich Hä? Sind die auf dem Server? Nein, sind die auf dem Server Wenn die auf dem Server wären, dann wäre es natürlich logisch Dynamik oder so Aber meine Sachen sind, glaube ich, jetzt alle in der Lava Nein Sicher? Wo warst du denn? Ich war, ich war so ein Lava-Loch, aber ich war nicht direkt am Lava-Loch Okay, so Wieso, wieso, richtig? Ich hatte die Diast dabei Deswegen wäre es, glaube ich, auch schlau gewesen, um die Base zu bauen, aber Was ist das genau, was es denn passiert? Ja, gut Aber ich hab die, wir haben deren Sachen, das sind Normalerweise Dürfen wir doch den Stift, das ist ja auch irgendwie, ich sage Ja, normalerweise hätten die es jetzt eigentlich auch Normalerweise hätten wir uns fertig machen, ja Nach den Sachen, die er mir halt erzählt hat, aber irgendwie 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 sind die irgendwie, irgendwie labbringt drauf, oder die haben halt alles im Inventar Weiß ich nicht Auf jeden Fall, glaube ich, ihr solltet uns jetzt wieder zurückziehen, wir haben, wir dürfen nicht so lange hier rumlaufen, das gefährdet, ja, aber ich muss erst mal meine Sachen safen, und da ist wieder dieser Tür, der, hä, den kann man gar keinen Schaden machen Ja, weil die auch, das ist von der Tür, der Stehe einfach so beim Eingang rum, such den ich da Jetzt geh mal weg hier Ich kann dich nicht töten Ich hole Milliarden mal da drauf, das muss stück Ich sterbe Ich kann es nicht, ja, du kannst es nicht Sie sind voll mies, ich schlag keine Zeit drauf, das stirbt nicht Ja, ich weiß, das ist total, total bescheuert Man kann es auch nicht anzünden oder so Hä, was ist das denn für Miststück Der hat mich vorher noch was getötet Ich bin gestorben Ey, meine Sachen sind hoffentlich nicht weg Nein, so schnell die spawnen die nicht Wir müssten hier weg, das ist langsame hier wirklich zu gefährlich Aber du musst dir sagen, ja Ich weiß halt nicht, ob du die so finden kannst, wenn ich die jetzt sagen würde Ich weiß nicht, wo du warst Ja, das ist halt so das Ding, wir hätten halt nicht alleine rumlaufen sollen Das war dann schon blöd von uns Naja, aber jemand ist die Schuld einzureden, wäre ja auch wieder bescheuert Wow, wie sie gut Du kannst denn hin? Was denn "'zul하하afood'?", Was das skieb такое, was hinter mir? Nein, 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 frau mir. Weil ich wurde dass, ich wurde fast eingesperrt, hätte mich wünscht Gut Als Um tagsüber ich weiß es, hörte es in die Ich weiß schon, wie die Folge heißt Ich merke Sündbar Türsteher ist das ich weiß es nicht sag ihn mal zweimal, dann müsste ich sein ne der ist, das ist er nicht, ich konnte mit der Muskete schaden der Musik wäre natürlich, der wird einfach nur schwarz, wenn man ihn schlägt wenn wir das nicht mit ihm mal verfärben das ist keine Maschine, oder? es gibt keine Maschine, oder? also doch, Bailcraft ist ja drin aber es gibt nicht solche Maschinen, die sich in solche, äh, Viecher nee, niemals, es gibt auch viele Sachen am liebsten würde ich jetzt nicht ein Game-O-1 machen und würde schnell nach dahin fliegen ja, ich kann sowieso nicht, ich habe ja keine Abmännrechte keiner hat mir keine J hat OP, ne? so, aber er ist gebannt also er kann uns auch nicht mehr helfen hm, was denn Doris findet ist jetzt untergesprungen hä, ich weiß jetzt nicht, wie ich denke, um Wolf ohne Spitzhacke, aber woher weniger, dass ich da jetzt Inos groß bin ich weiß ja nicht, wie ich denke, um bin Entschuldigung, wisst du was kann es vielleicht ein bisschen mal kommen so, um mir nee, ich bin gerade hier am überleben, also überleben ist mir jetzt gerade doch ne, oh, 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 oh überleben ist mir ja gerade doch ein bisschen wichtiger okay wir müssen hier raus, ich kann das ist, ich überlebe das nicht mehr ich sehe deinen Namen, ich sehe deinen Namen, ich komme ohne Sachen aber ich komme trotzdem ich hätte einfach alles von uns sozusagen alles, alles unser ne, die Herze, du hast ja jetzt eine Herze gehabt das waren alle unsere Spanis und ich komme jetzt nicht zu unserem, zu meinem Todespunkt irgendwie hin fuck fuck ach, ich weiß wo der war, ich weiß wo der war, ich komme hier nicht, komm schon so schnell wie möglich hin wie nur noch 66 Meter von dem entfernt eigentlich nur ne, mell dich ich hab hier, äh, ich hab hier Überlebensprobleme ja, ich gerade auch also, ja, äh ich bin wir müssen hier weg, wir müssen hier raus hey, bin ich kreisgelaufen? ich bin in kreisgelaufen, kann es sein ach, ist ja mies fuck ach, hier ich war bei der Treppe, ich war bei der Treppe zum Ausgang, da bleibe ich okay, ich sehe deinen Namen, ich bin gerade runtergelaufen ich hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht meine Sachen verloren habe, endgültig aber du bist genau in der Nähe von meinen Sachen ja, du bist bei mir genau in der Nähe bei den Sachen, und ich bin hier gleich bei meinen Sachen dran, da ist der, da ist der Boss, Typ ja, der Türsteher ja, der Türsteher wo, wo bist du denn, ich sehe dich? beim Türsteher, bei, 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 äh, das ist der zweite Typ ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wo der Türsteher ist es sind zwei Türsteher gibt's hier ah, ich sehe dich, ich sehe dich die Sachen sind nicht mehr da hier bist du gestorben auf der anderen Seite Sachen sind glaub ich nicht mehr da wenn sie wahrscheinlich nicht verbrannt sein, ne? äh, äh äh, sind das meine Sachen? das müssen meine Sachen sein warte, ich töte dich, ich töte dich, die Kreaturen, ich mach weiter ach, come on okay, lass auf, wie, äh, ich guck jetzt kurz nach ich guck jetzt nach und dann, bleib oben, bleib oben, geht's zum, geht zu der, äh wo treffen wir uns, treffen wir uns? äh, da würde ich sagen wo, ja, wir haben einen Gang von denen also, nein, wir dürfen, was auch, bleib einfach oben, oben bei denen also ich sehe hier in dem Gang erstmal nichts, was auch, mir ist es egal, ist es weg das war, was war das drin, äh, 52 Eisen, die ganzen Waffen, äh, 3,8 Diamanten ja, sonst nichts wirklich Schlimmes da, da haben wir, haben wir halt ein wenig Verlust gemacht, aber das müssen wir haben, das ist jetzt ganz wieder erfahren, ne, also, die ganzen Volk, ne, ich muss ja, die ganz voll waren jetzt irgendwie umsonst nicht unbedingt, ich hab ja auch noch Rohstoffe, also, ähnliche also, ich hab ja immer noch was wir hätten wir, ich weiß nicht, nicht angreifen dürfen, wir hätten da nicht hingehen doch, es war ja gut, da hättest du nicht sterben sollen ich war ein bisschen unvorsichtig, wegen Redstone bin ich gestorben, wegen Redstone ja, das ist wichtig warum wollt ihr Redstone haben? Redstone war genau links neben mir und der Creeper war dann halt genau hinter mir, den habe ich nicht gesehen und dann war plötzlich da und dann war plötzlich wieder weg, weil ich tot war die mit so kein, hast du kein Ton, den oder den jetzt hören könnt? ich hab ihn ausgeschalten in den Ton, irgendwie ich mach die Geräusche zu hören ok, ich werde mich jetzt nach oben burteln, ich würde mich jetzt oben raus so was ich hab jetzt zwei Sperre gemacht und abgeben ja, ja ein bisschen zu verteidigen als auch lieber so ich bin wieder oben ich habe gleich mal wieder ein Mikrofon weil dann höre ich die Lachen das an ja was erlöser ich bin ich sehe ich bin bei dir komm raus komm raus ich geb dir stein runter dann kommst du raus ich fasse das einstöpseln sonst geht es für mich nicht mehr ihr hast ein Stein komm raus komm raus gut wir haben einen Schaden gemacht und jetzt müssen wir uns schnell verpissen du hast keine Schuhe mehr doch hab ich ne ich nicht ich geb dir eine hellbade bitteschön und jetzt müssen wir gleich wieviel Rohstoff haben wir noch wir haben eigentlich oh Alter wir haben unsere also erztechnisch haben wir fast alles verloren alles würde ich sogar fast sagen ne ich hab noch 18 Eisen und sieben äh ja ist scheiße Blei komm wir gehen hier Robber komm ich bin Robber was haben wir noch verloren ach hättest du nicht sterben sollen ach Diamanten haben wir verloren oh Gott und Gold haben wir verloren oder das ne Gold hab ich sowieso keins gehabt hä? wer denn unser Gold gehabt? ich hatte kein Gold ich habe Following boah das hab ich dabei gehabt wir haben eigentlich alle unsere rohstoffe verloren es war sich scheiße das gestorben deshalb blöd herrlich okay müssen wir was machen wir jetzt wir haben unseren riesenweiten vorsprung die mensch gerade gehabt haben wieder die hälfte wird es nicht alleine gehen das was aber egal es macht jetzt keinen sinn jemanden schuld zu geben dafür ist was ist auch keinen sinn wir müssen uns auch andere sagen konzern ist das geld hinter uns hoffentlich ist es nicht der türsteher das ist kein türsteher das ist creeper ist jetzt mal den creeper was auch die besten jetzt wieder nicht alleine rumlaufen würdest ein bisschen angst vor türstern muss ich ganz ehrlich sagen jetzt auch so ein bisschen da ich sehe dich hast du vielleicht noch irgendwelche schuhe ich habe gerade gar nichts anderes wir müssen uns den wir suchen das gleiche im platz am besten auf den berufenden dieser berge und dann da oben darum ein paar sachen müssen wir rüber gehen und wenn wir die sachen für dich gekraftet haben werden wir auch immer ein bisschen weiter weg also noch ein bisschen weiter weg ab und dann gehen wir auch unsere aufnahmen zu wenden weil wir haben eigentlich gut erst erreicht ja also von dem null punkt haben wir jetzt bisschen was aufgeholt also bei dem wettrennen würde man sagen den witteln weit gekommen auch wenn wir leider so viel verloren und ist gut aber ich meine es hat ja sinn gehabt dass ich gestorben eigentlich nicht wir hatten hätte ich vorher abholen sollen ja irgendwie wir hätten nicht so süchtig sein sollten nach dem zweis ich versetze hier ja hier auch unsere workbench ja ich krafte jetzt aus dem eisen was ich habe kraftig die noch sachen zusammen okay am besten ist das du brauchst ein brustpanzer das ist ein schulner gut ein brustpanzer habe ich hier sind wir ein wo liegt da wo liegt da wo liegt da wo direkt vor der workbench ein gewünscht am besten sie bauen ist das mal hier ich mache ich so kurz und bedest das ist auf keinen fall schlagen oder sind ich runterfall dann ist ende und dann wird endgültig alles verloren okay dann schuhe alles was ich hab benutze ich gerade ne gut ich hab nur noch sechs das heißt ich könnte höchstens noch ein helfer und schuh die schule liegen da vorne ja ein helfer dann super und dann hätten wir wieder so ein bisschen was aber 1 2 3 4 ja ich könnte höchstens noch ein helfer machen ach ich hab ein bisschen da liegt da vorne ähm ja genau ich nehme mal den drücken ja und jetzt müssen wir aber was machen wir jetzt wir hauen jetzt noch ein bisschen ab und dann denn ohaha wir kommen hier runter wir könnten von hier aus versuchen ins wasser zu springen da vorne aber ich weiß nicht ob das riskieren sollten komm mit ich hier wie viel leben hast du äh ich nicht Alter das mache ich jetzt garantiert nicht ich brauche mich hier aber ich hab ich bin gerade ein bisschen zu wertvoll um solche riskanten Sachen zu machen okay komm jetzt wir verpissen uns vielleicht ich hab ne Axt ach ich brauch schnapp so okay wir hauen jetzt nach oben hast du auch da hinten sind Schafe die können wir vielleicht gebrauchen wofür wenigstens bist du jetzt nicht mehr so ein kleines hilfloses Kind Vorsicht geh mal weg da weil ich nicht weg von ich wollte ihn in die Luft ich wollte ihn erschießen ja wir brauchen jetzt erstmal die Schafe pass auf Junge pass auf wir gehen jetzt runter gehen aber ganz vorsichtig abhauen also wir brauchen keine Wolle abhauen vorsichtig kreiber welches erschießen moment ich mach mal ich mach mal im fernkampf wow alter ist das ein geräusch oh das war ein mega komisches geräusch ja ich hab ihn erschossen gut weil wenn du in den kreibern geschossen hast kannst du mit einem Schlag töten ich habe ein Herz nur noch ein Herz warte ich jetzt was er essen dann kannst du was er essen dann halt du dich weg auch richtig viel ich hab nur einen ich hab nur einen Hungerbalken hier mit zwei mit zwei dürftest du wieder voll werden ja wo ist das andere Rente eigentlich das liegt da direkt hier unten ja wenn nein ein Herz fehlt noch naja hier dann wir gleich veressen das ist schon ein bisschen traurig dass wir so viel verloren haben Alter ist das ein Geräusch Junge das tut ihm zu in den Ohren weh ja das ist viel laut das ist richtig laut 50% damit ich jetzt nicht mehr drauf geh die sind richtig viel scharfer die werde ich jetzt erstmal ausmocken und das ist ein das ist ein Creeper Creeper hinter dir ok pass auf wir holen jetzt in die Richtung da vorne komm ok war schon eine schlimme Aktion da muss ich gleich noch einkaufen gehen ok ok so komm ein bisschen termin folg mir es ist nur noch zu zweit und dann traue ich immer noch das ist schlimm wir müssen es auch wir müssen sich Prozent drüber hinweg kommen aber ich treue immer noch Lerge machen können wir das nicht egal was ist das war ich und jemand anderes und wenn wir irgendeinem von uns die Schuld geben dann verstreiten wir uns und das ist auch nicht gut das ist ja genau alles deine Schuld ok das ist deine Schuld warum hast du dich alleine gelassen ne ist egal ich freue mich wieso musstest du verbrauchstest du so Redstone geil sein ich mag Redstone du hast du hast dein Heiwade verloren ne 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 nix 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 gehen jetzt in diese Höhle rein und da werde ich uns eine neue Heiwade bauen aber ich werde mir also eine bauen du hast ja noch immer war da hast du eine spitzhacke oder wie viel Stein hast du? Wie viele Steine hast du? gar kein vin zu sein dann farm mal drei Steine da gibt es mir alle drei ich brauche einen nur von dir das ist ein Stein so dann werde ich das jetzt mal alles craften so ein bisschen damit ich wenigstens etwas ausgerichtet bin so ich habe wieder eine vielleicht soll ich mir auch so einen Hammer nochmal bauen vielleicht wie viele Steine hast du? ach ich brauche mir am besten mal selbst eine Spitzhacke was war das? also jetzt baue ich mir nochmal eine Spitzhacke und dann würde ich sagen gleich war es das aber ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen was abbauen ich brauche noch ein bisschen was dann habe ich nämlich einen Stein einen Steinhammer der Hammer ist ja richtig gut ich bin ja so der Hammer Mensch wir können auch Großschwerter bauen ja Großschwerter kann ich auch bauen jetzt habe ich noch so einen Kriegshammer gibt es hier auch Schild? ja glaube schon ich kann mal suchen so ne jetzt erzähl ich Divine Shield äh äh Schild ok geht's wirklich oh was haben was oder? ja ich habe einen Hammer und Müsli wir sind ein bisschen was am Ausgerüstet oder nicht also ich habe ich bin noch Vollausgerüstet ich habe ich habe wenigstens noch meinen Hammer und ich habe wenigstens noch einen Hammer und noch eine Hellbade und es reicht dann müssen wir bald wieder neue Rohstoffe farmen gehen hier ist glaube ich ja dann springen wir rein dann sammeln wir uns Rohstoffe dann sammeln wir uns Rohstoffe da ins Wasser YOLO ok ich stehe schon mal die Workbench hin ich habe mir die Rohstoffe die von oben sind runter ok äh ich baue noch mal die richtig gute Workbench war die jetzt echt gebracht muss ich ganz ehrlich sagen die Strings brauchen wir nicht äh die können wir uns anpflanzen Strings ja wir können ey die Fäden? Spinnenfäden? äh das sind diese Springseeds bla 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 ey die sind Fluxseeds soo und äh jetzt haben wir den geile Workbench und die andere können wir stehen lassen das scheiß Flugzeug also ich schmeiß die Rohstoffe runter du sammelst die einen ne? weil die Falle ist runter jeden Augenblick ich hab keinen Platz da vorne ist auch noch welche beim Wasser gewesen sind vom Wasser weggespült worden ich bin hinterher ja ich hab's alles komm ich baue hier unten mal ein bisschen was auf für uns ich hole mir mal eine Steinspitzhacke für Eisen hier vorne neben der Workbench schlagen auch noch welche ja die kann ich ja gleich holen aber hier unten bauen wir erstmal so ein kleines Basislager auf hier ist Blei hier ist Blei so ist es blei ein, das hier oben ist also hier ist auch Eisen das ist schon ein bisschen scheiße gewesen das gestorben hier wir müssen da neu fahren ja aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm gewesen so viel haben wir jetzt auch schon nicht verloren jetzt auch Eisen holzgottes Eisen ja warte ich muss erst mal zu machen um mich geht haben wir schon wieder alles da kann sich die nichts verloren außer die Dias weil Eisen ist nicht so wichtig also sonst war ich nicht so viel wichtig Quarz-Uran Moran habe ich einen also Moran ist auch nicht so wichtig also hier vorne ist Eisen hier vorne ist Eisen hier vorne ist Eisen hier, da hier vorne ist Eisen wo ich jetzt eingesammelt äh wollen wir mal nach da oben gucken gehen hier ist Quarz ich hab Quarz gefunden wollt ihr mir? äh ja aber Quarz ist nicht so wichtig nur für Schwerter oder so ja die Schwerter sind dann nicht so stark glaub ich müssen wir mal gucken ich glaub Quarz-Schwerter sind sogar ein bisschen arg stark ja wir gucken mal nach Quarz-Schwertern ich bau doch gleich du kannst dir nachgucken wie stark die sind naja ich hab's da oben liegt noch eins höh 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 wie kann ich es nachgucken? weiß ich hab' ich gerade gefragt wie kannst du das nachgucken? das war auch meine Frage an ich äh ich hab' ihm wieder Eisen gebunden also und wir haben jetzt nicht wirklich viel verloren also ich machen mir jetzt noch meine Eisenhild Bade nach also sonst haben wir jetzt eigentlich nicht viel verloren nein ja fuck vier Endermänner vier Endermänner vier Endermänner was sind du hast die Schüler mit mir von mir ich komm wieder zurück komm zurück ich hab' mich mit einem angelegt wir kommen gleich alle ich hab' schnell schnell ich bin hier und zurück zu wo 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 ach da ach da ich bin ein ich weiß die Volk der Zelle ich bin nicht alleine super äh 3 wir laufen jetzt wir laufen jetzt wir laufen nur noch zusammen ich mach uns schnell noch einen Ofen 1,2,3,4,5,6,7,8 ich brenne mal ganz komplette Eisen dann kann ich mal mir so ein bisschen was machen hm ich wurde auf den Weisen reingeworfen oh was ist darunter gefallen ähm ich baue mir mal so ein Quarzschwert ich hab' ein Quarzschwert ich hab' ein Quarzschwert wie viel Leben hast du? voll die Scham hast du gemacht? 1,2, ok 1,2, ok wie viel hat das gemacht? wie macht das? warte stopp 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 warte ich bin gleich wieder voll jetzt, hau mit ja dann ist das besser kann man auch raus aus Dings machen? was? guck mal, äh äh, was haben wir noch für Stoffe? Blei Blei kann man ja nix machen ja geil, jetzt hab' ich ein richtig starkes Schwert voll die oben ist ein vorsichtig, vorsichtig vorsichtig ach wir können auch mal da hochgehen das ist ein bisschen stärker glaub ich als Eisen kann man da keine Rüstung draus machen? weiß ich nicht stimmt, kann man da aus Küst Küstung machen mal renn nicht wieder ohne mich weg ja, ich hab' was geiles gefunden hinter dir ist ein Zombie was ist das denn? ah, wir haben ein Dings gefunden, eine Mine sauber ja, äh, ich muss hier ne ganzes Nacht schnell alles abfahren wär auch gut okay das ist gefährlich, dass wir hier rumlaufen ja, ich weiß, aber die Betten hast du noch ein Bett? dann schläfst man bitte nicht hier hin aber, äh, gleich oben zu unserem Dings hin hier ist ja hier ist ja, äh Blei was ist das? hier ist uns ein anderes blaues Zeug guck mal ich auch soll mir das mal ein? okay, ich soll mir hier grad mal alles ein ich hab' einfach richtig viele Waipons so, ich glaub' wir gehen jetzt hier schnell wieder zur Base hinter dir ist ein Zombie okay, weil renn nicht in meine Waffe rein ich habe noch den Hammer also wir gehen erstmal nicht nach oben weil sonst ist das dann ein bisschen zu gefährlich und wir gehen das besten zurück zu unserem Dings zu unserem Ofen, hol' ich Sachen raus und dann nimm' ja, aber alles ins Inventatum, was wir sitzen ja, okay, komm ich geh jetzt zurück ich hab' mich vorhin nochmal aufgerissen da vorne ist der Eingang ja, gleich und dann haben wir's erstmal ich sitz da noch kurz den Waypoint und dann... ich auch m waypoints add ähm home okay vergiss nicht, wenn du, äh, den Waypoint setzt dass du auch da drunter schnitt auch die Koordinaten unseren Waypoint-Namen also, no waypoint addis oh ja, mach' ich mach' ich doch dann mach' ich weg gut, also äh, ich sag' ich benne mal den Part wir sind, äh, die Parts wir sind uns dann mit den nächsten Mal ich mach' noch schnell eine Hellbase aus aus Eisen, das geht ja ganz schön ja, dann haben wir's gemacht freilig chill also, wir sind uns dann demnächst mal bis dahin ciao